hallo meine lieben ich bin es wieder eure crazy sylvie und ich möchte euch heute zu einem neuen mittelungen einladen und zwar möchte ich diesmal mit euch ein tuch stricken das blende ich euch heute auf ein paar fotos hier ein einfach weil ihr das damit besser erkennen können und weil ich diese ganze größe heute nicht ins bild kriege das tuch ist in einer halbrunden form gemacht mit einem ganz einfachen lochmuster am anfang und einem etwas größeren lochmuster und einer schönen lochmuster kante am ende und weil das aussieht wie eine lotus blüte und diese herzchen am ende in der kante hat heißt dieses tuch lotus herz der nette long startet am 29 oktober und es sind fünf teile die wir dabei haben geht also bis ende november passend für ein schickes tuch zu weihnachten ihr könnt dabei ganz prima lernen wie man lochmuster strickt ihr könnt dabei lernen wie man halbrunde tücher strickt ich bin natürlich immer freitags für euch im live stream da und beantworte alle eure fragen und das hier ist mal eine etwas andere konstruktion die wirklich wirklich schön ist die man tragen kann wie einen poncho wenn man das vorne mit einer fibel zusammen macht natürlich kann man das ganze auch tragen wie ein tuch ist aber auch ein super schulter wärmer je nachdem aus welchem material ihr dieses tuch macht könnt ihr euch damit einen ganz individuellen look zaubern wir haben natürlich für euch diverse woll pakete vorbereitet das ist einmal die wunderschöne emotions von online die ist das ist nur socken wolle die aber super super weich ist und zehn prozent kaschmir hat und damit super kuschelig ist damit wird das tuch richtig schön kuschelig warm und griffig wer es laziger haben möchte der greift zur 6 karat von schoppel das ist ein lace gun sehr sehr fein macht ein schönes filigranes tuch genau für edle sachen beispielsweise für weihnachten oder ihr könnt das ganze natürlich auch aus einem kuscheligen mohair stricken das könnt ihr einfach oder doppelt nehmen und damit wird so richtig schön entweder federleichtes oder kuscheltuch je nachdem was ihr wollt und wer da noch ein bisschen glitzer rein haben möchte der nimmt noch die online starlight drauf das ist nämlich glitzer mit pailletten für den glamour glamour look das könnt ihr entweder nur in der endkante verwenden oder im ganzen tuch am 29 oktober geht es los mit teil 1 und wir machen das ganze als mittelung das heißt die anleitung gibt es nicht vollständig sondern die gibt es in kleinen teilen nämlich in fünf und das garantiert dass gerade anfänger oder leute die sich da noch nicht so gut mit auskennen wirklich nur diesen teil stricken können die anderen kommen nämlich auch nicht weiter und ihr könnt euch alle dabei super unterstützen und motivieren und 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 immer eine woche später gibt es den nächsten teil der erweitert dann die anleitung also die jeweils nächste anleitung enthält immer alle teile die davor schon drin sind und damit wächst euer tuch stückweise und damit stricken wir alle gemeinsam dieses tuch der letzte teil teil 5 ist dann die vollständige anleitung und dann habt ihr danach auch das schicke tuch fertig und ich bin schon ganz ganz neugierig wie eure tücher aussehen werden ihr könnt auch wenn ihr wollt natürlich auch garn aus eurem stash nehmen da braucht ihr minimum 1200 meter wenn ihr das machen wollt ihr könnt teilnehmen indem ihr euch die anleitung auf www.crazy.world kauft und in der crazy community auf crazy world und in der jawolle community auf jawolle.de könnt ihr eure bilder posten und euch das gegenseitig zeigen dort legen wir für euch wieder eine knit along gruppe an auf crazy.world gibt es auch die knit along seite dort seht ihr alle infos alle updates und alle bilder dazu und natürlich könnt ihr das auch bei mir in der facebook gruppe auf crazy world machen bleibt mir nur noch zu sagen ich freue mich auf euch auf den 29 oktober und unseren neuen gemeinsamen tücher knit along ich freue mich wenn ihr dann mit mir gemeinsam live bei youtube abends anschlagt wir sehen uns dann und bis dahin sehen wir uns natürlich in allen weiteren tutorials jetzt schnell auf ins crazy schöpfen das wollpaket oder die anleitung shoppen und dann seid ihr mit dabei bis zum 29 10 schenken Vielen Dank.